Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur zweiten Vorlesung meiner Miniserie zum Weltbild der Physik. Das ist als Ergänzung gedacht zu der Vorlesung Sterne und Weltall aus dem Sommersemester 2020 und diese Ergänzung von kleineren Vorlesungen, vielleicht Dauer von jeweils einer Stunde, das sollen so zehn Stück vielleicht sein, die mache ich jetzt in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem Wintersemester 2020, 2021 und dem Sommersemester 2020. 2020 und dieses Weltbild der Physik, das brauchen wir eigentlich als Grundlage, um die Astrophysik verstehen zu können, denn was ist denn eigentlich die Vorstellung der Physik von Raum und von Zeit und von Teilchen und so weiter. Also das ist sozusagen die Grundlage und wir berühren da Fragen, die eigentlich die Domäne der Religion waren. Und jetzt die Physik, die kann eben auch eine Schöpfungsgeschichte entdecken oder entwickeln, also kann mit einer Schöpfungsgeschichte aufwarten, das wäre zum Beispiel die Urknalltheorie. Und die ist eben auch Teil dann nochmal dieser Vorlesung hier. Und ich hangel mich entlang dem Inhalt eines Buches, das habe ich im Frühling letzten Jahres, zu Beginn dieser Corona-Krise dummerweise, das war so ein bisschen ungünstiger Augenblick für die Publikation eines Buches, zusammen mit Ernst-Peter Fischer geschrieben. Ernst-Peter Fischer ist so ein Bestsellerautor, der hat ja 100 Bücher oder 150 Bücher geschrieben, Wissenschaftshistoriker unter anderem und er hat den Biologie-Teil in unserem Weltbild der Naturwissenschaften geschrieben. Also solche Fragen wie, wie ist das Leben entstanden und was ist Leben überhaupt? Und mein Teil ist der Physik-Teil, wie ist die Welt entstanden? Also solche fast schon religiösen Fragen. Und das Buch heißt, am Sonntag nach der Schöpfung ein Katechismus der Naturwissenschaften. Und Katechismus, das ist in der Religion so etwas wie eine Zusammenfassung der Glaubensgrundlagen und das hatten wir eben mit den Naturwissenschaften, speziell Biologie und Physik im Sinn. Hier ist nochmal das Buch gezeigt, das ist das Titelbild. Hier sieht man so ein fancy Bild vorne drauf, am Sonntag nach der Schöpfung. Und ich behandle in dieser Mini-Vorlesung hier nur den Physik-Teil, weil über Biologie kann ich jetzt nicht so viel berichten. Und das sind die verschiedenen Teile und in der ersten Vorlesung, also wir sind ja jetzt in der zweiten Vorlesung, da habe ich die Raumzeit angefangen und zwar erstmal die klassische Physik, die dem gesunden Menschenverstand entspricht und dann die spezielle Relativitätstheorie mit den Begriffen von Zeitdilatation, Längenkontraktion und eben der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und dass sie die maximale Geschwindigkeit ist. Und heute geht es weiter mit dem Kapitel 1 der Raumzeit mit den anderen zwei Revolutionen. Und die anderen zwei Revolutionen, also hier nochmal die Übersicht dieses Teil 1, die Raumzeit, dann also die klassische Physik, erste Revolution, die zweite Revolution, um die geht es heute und um die dritte und vierte auch, das ist die Krümmung der Raumzeit. Das ist also diese Geschichte, dass Gravitation durch die Krümmung der Raumzeit, nicht bloß des Raumes, sondern auch der Zeit, entsteht. Und das macht die Gravitation zu einer Scheinkraft. Und das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Und dann geht es weiter nachher in dieser Vorlesung in die dritte Revolution und das ist dann, dass die Raumzeit eben tatsächlich Substanz hat. Sie hat Energie, sie hat Temperatur, sie hat sogar einen Druck. Und da kommen wir in die Situation des Fisches, mit dem ich das letzte Mal angefangen habe, der sich darüber Gedanken macht, was Wasser wohl sein könnte und zunächst mal, wenn er noch nicht so weit fortgeschritten ist in der Erkenntnis, denkt, das Wasser ist das Vakuum, nämlich die Abwesenheit von überhaupt irgendwas. Er erkennt also erstmal nicht, dass das Wasser durchaus eine Substanz ist und dass es auch den Zustand nicht Wasser gibt. Und das ist vielleicht im Augenblick unsere Situation. Wir denken, das Vakuum ist die Abwesenheit von allem und nicht Vakuum gibt es gar nicht, weil nicht Vakuum ist eben schon nicht überhaupt nichts. Das stimmt aber nicht ganz. Das wäre die dritte Revolution. Jetzt aber erstmal die zweite Revolution unserer Vorstellung von der Raumzeit, die allgemeine Relativitätstheorie. Ja, zunächst mal also Schwerkraft. Da habe ich als Startbild, habe ich hier diese Kerze genommen, die in der Raumstation brennt. Also ich muss sagen, ich hatte selber jetzt noch keine genaue Vorstellung davon, bevor ich das jetzt recherchiert habe, wie brennt denn eine Kerze ohne Schwerkraft? Wir kennen ja Kerzen, typische Kerzenflamme, die warme Luft steigt nach oben und oben gilt sich dieser helle Teil. Das sind Rußpartikel, die glühen, die senden das Licht aus und das ist die typische Kerzenflamme. Aber da braucht man Gravitation für, sonst gibt es ja kein oben und unten. Und in der Raumstation sieht es so aus. Also das Rote hier ist vermutlich der Kerzenkörper, also das Wachs, ist ja immer gerne rot und wir sehen hier eine blaue Kugel. Das heißt, es gibt nicht diese Luftströmung nach oben, weil es kein oben gibt, sondern eigentlich nur eine Zone, wo dieses verdampfende, dieses Wachs, das wird ja auch zerlegt durch die hohe Temperatur in brennbare Komponenten und dann verbrennt. Und da gibt es keine helle Leuchterscheinung, sondern nur diese Kugel von blauem Gas, ähnlich einer Gasflamme. Das hier ist übrigens ein Bild von der DLR hier vom Schul-Lab, also für Schüler. Das ist ganz interessant, warum die Kerze so viel anders ausschaut. Und für uns ist die Gravitation allgegenwärtig. Und ich denke, wenn man 100 Jahre zurückgeht, dann konnten sich Menschen vielleicht gar nicht vorstellen, dass es einen Zustand gibt, keine Gravitation. Gravitation ist einfach immer da, es gibt immer ein oben und unten. Und da haben wir schon wieder unseren gesunden Menschenverstand, der also unweigerlich annimmt, dass alles so ist, wie auf unserer Erdoberfläche. Aber der Normalzustand im Universum ist der ohne Gravitation. Und da ist alles oder vieles aus unserer Umgebung eben doch ganz anders. Ja, also was ist denn das dann, diese Schwerkraft? Irgendwas, was an uns zieht und im Augenblick eben uns nach unten zieht. Und das ist, das ist die Erklärung von Albert Einstein, es ist die Krümmung der Raumzeiten. Isaac Newton, der hatte ja erstmal das Gravitationsgesetz überhaupt erfunden. Das war das mit dem Apfel, das ist also ein Apfel, der runterfällt, dieselbe Kraft erfährt wie der Mond, der auf einer Kreisbahn um die Erde unterwegs ist. Und es gibt eine anziehende Kraft, das ist die Gravitation, und sie hängt in bestimmter Weise nach dem Gravitationsgesetz vom Abstand ab. Je weiter man von einer Masse entfernt ist, als Masse, umso geringer ist die Anziehungskraft. Und diese Kraft geht mit 1 durch R², also 1 durch das Quadrat des Abstandes nach unten. Sie wird also immer schwächer. Und deswegen, wenn man weit genug von der Erde entfernt ist, oder überhaupt von einer Masse, dann erfährt man keine Anziehungskraft mehr. Und das wäre dann die Schwerelosigkeit. Und das wird nach Albert Einstein erklärt. Also Newton hatte zwar das Gravitationsgesetz gefunden, das ist eine Kraftabwehr. Es ist ein mathematisches Gesetz, kann ich genau ausrechnen, wie groß ist die Kraft. Und auf der Basis des Gravitationsgesetzes kann ich das ganze Sonnensystem verstehen. Da kann ich also genau ausrechnen, wo diese ganzen Meteoriten und die Planeten, wo die so lang fliegen. Das sind die Kepler'schen Bahnen, die basieren auf dem Gravitationsgesetz. Da habe ich also ein mathematisches Konstrukt, Basis ist Newton's Gravitationsgesetz, womit ich alles ausrechnen kann. Ich habe aber nicht verstanden, wie diese Kraft zustande kommt. Und in der Physik haben wir eigentlich diese Vorstellung eher, dass irgendwas an uns zieht oder ein Teilchen wechselwirkt. Irgendwas muss die Kraft vermitteln. Und bei der Gravitation, da wusste einfach niemand, ja was ist denn das? Oder anders gesagt, vielleicht nehmen wir dieses Bild hier. Ich nehme jetzt mal hier diesen Zeigestock. Wenn ich den jetzt fallen lasse, das mache ich jetzt nicht, aber kann sich jeder vorstellen, wenn ich den fallen lasse, fällt er nach unten. Das heißt, er wird unten von der Erde angezogen. Aber woher weiß denn der Zeigestock, dass da unten diese gigantische Masse der Erde ist, die ihn anzieht? Was vermittelt diese Kraft? Da zieht ja nicht ein Faden dran oder sowas. Der Stock kann doch gar nicht wissen, dass da die Erde ist. Also Wissen, also der Stock weiß ja nichts im übertragenen Sinne. Also irgendwie muss die Kraft vermittelt werden. Und die Antwort von Albert Einstein ist genial, die ist wirklich, die ist geradezu überwältigend genial, ist, er meint, dass dieses Raumelement hier, also hier in meinem Studio, das ist ein anderes Raumelement, oder genauer gesagt ein Element der Raumzeit. Und die Zeit ist sogar besonders wichtig. Ein anderes Element der Raumzeit, als draußen im schwerelosen Raum. Und wir Menschen, wir haben keinen Sinn, keine Sinne für die Wahrnehmung einer verzerrten Raumzeit. Das kriegen wir einfach nicht mit, genauso wenig wie wir Röntgenstrahlung oder Radioaktivität mitkriegen. Das kriegen wir einfach nicht mit, da brauchen wir Detektoren für. Und Raumzeit, wenn die verzerrt ist, das zu detektieren, das ist sogar noch schwieriger. Das ist auch für physikalische Messinstrumente schwierig zu detektieren. Und doch existiert es so, nach der allgemeinen Relativitätstheorie. Wir haben also hier in diesem Bild hier so eine Masse und die zieht den Raum zusammen. Und das ist nicht so, dass der Raum, was man ja gerne macht, ist, man nimmt ein zweidimensionales Beispiel. Also wir nehmen dieses Blatt Papier hier, das ist zweidimensional und an drei Dimensionen wäre dann der Raum. Und wenn er sich krümmt, dann krümmt sich das wie so ein Blatt Papier. Das sind also auch diese Bilder von Gravitationsfeldern, wo so eine Kugel in so einer Gummimatte drin liegt. Da kriegt man so einen Potentialtrichter. Das suggeriert aber, das zweidimensionale Beispiel, dass sich der Raum, der jetzt hier nur zweidimensional ist, in eine zusätzliche Dimension krümmt. Und da könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Raumkrümmung nach Albert Einstein in eine vierte oder gar fünfte Raumdimension sich krümmt. Das ist aber nicht so. Sondern diese Krümmung ist ein Zusammenziehen der Raumzeit. Man stelle sich die Raumzeit vor als so ein vierdimensionales Galat-System oder ein Gummi-Ding und ich kann diesen Gummi ja zusammendrücken. Dann wird er da draußen vielleicht ein bisschen gedehnt und drinnen wird er zusammengezogen. Das kann ich mit dem Gummi machen. Da brauche ich also einen dreidimensionalen Gummiklotz. Den kann ich ja zusammendrücken. Dann habe ich den gekrümmt. Also diese Linien hier, diese Raumgitterlinien, die werden dann gekrümmt durch das Zusammendrücken, aber nicht in eine höhere Raumdimension, sondern in sich gekrümmt. Also es ist eigentlich mehr, Krümmung ist fast der falsche Ausdruck, es ist mehr ein Verdichten der Raumzeit um die Masse herum. Und das macht das Gravitationsfeld. Das heißt, die Masse ist sozusagen diese Verdichtung. Und das wird hier mit dieser dreidimensionalen, in dieser Darstellung hier dargestellt, dass dieses Gitter verdichtet wird und dann sind die Gitterlinien in der Nähe der Masse eben gekrümmt. Und das ist die Idee der allgemeinen Relativitätstheorie. Wir haben da einen Maßstab, der Längenmaßstab wird enger und die Zeit vergeht langsamer. Das ist die Idee der allgemeinen Relativitätstheorie. Der Raum hat eine andere Eigenschaft, die Raumzeit. Und da sind wir bei unserem Fisch vom Anfang, vom letzten Mal, da hatte ich so ein Bild, eine Zeichnung von einem Fisch im Wasser, der sich darüber Gedanken macht, was das Wasser wohl sein könnte. Und da er in dem Wasser lebt, nimmt das erstmal gar nicht wahr und denkt sich, das ist eben das Nichts. Aber hier haben wir das erste Mal jetzt wirklich den Eindruck, das ist eben doch was. Weil ich kann es ja krümmen oder verzerren. Was wird denn da verzerrt? Ja, die Raumzeit wird verzerrt. Und das kann man tatsächlich messen. Ja, und Albert Einstein hat es also vorhergesagt, dass der Raum gekrümmt wird und wurde dann berühmt, ich glaube, das war während des Ersten Weltkrieges, da gab es Expeditionen zu so einer Sonnenfinsternis, die in Afrika stattfand. Und er hatte vorhergesagt, dass die Masse der Sonne ausreicht, damit Lichtstrahlen abgelenkt werden. Also man braucht schon sehr große Massen, damit es zu einem messbaren Effekt kommt. Und wenn man eine Sonnenfinsternis hat, da wird ja erstmal dieses extrem helle Licht hier von der Sonne abgedeckt. Also hier wäre jetzt der Mond nicht eingezeichnet. Und dann werden durch diese Raumkrümmung das Licht von Sternen, die eigentlich genau hinter der Sonne sind, die kann man gar nicht sehen, die sind hinter der Sonne, aber das Licht der Sterne, das wird so abgelenkt, dass ich sie doch sehen kann, durch diese Raumkrümmung, die durch die Masse der Sonne entsteht. Das hatte er vorhergesagt. Und das funktioniert eben nicht mit Mond oder so, weil die Masse der Sonne ist groß genug, dass man eine merkliche Ablenkung, das sind nur wenige Bogensekunden, aber eine messbare Ablenkung des Lichtes dieser Sterne bekommt. Und da wir ja immer denken, dass da, wo das Licht herkommt, in der Verlängerung einer geraden Linie, da ist dann der Stern, da denken wir, die scheinbare Position des Sterns ist hier, aber man weiß natürlich, ohne die Sonne, also wenn wir irgendwann anders im Jahr, viel später im Jahr, ist die Sonne auf der anderen Seite, da können wir die wahre Sternposition natürlich feststellen. Und wir sehen, dass dieser ganze Sternenhimmel hinter der Sonne verzerrt wird, durch diese Ablenkung der Lichtstrahlen im Gravitationsfeld der Sonne. Und man nimmt jetzt an, dass die Lichtstrahlen immer geradeaus fliegen. Sie definieren, was geradeaus ist in der Raumzeit. Das heißt, sie können nur gekrümmt werden, so dieses Bild, dadurch, dass die Raumzeit selber gekrümmt wird. Wenn sie also um die Kurve fliegen, das geht gar nicht, die fliegen immer geradeaus, dann ist die Raumzeit selber gekrümmt. Und das war der Beweis für die Krümmung der Raumzeit, dass da diese Sterne an der anderen scheinbaren Position entstanden und dann wurde Einstein sehr, sehr berühmt. Das ist übrigens ganz interessant mit Lichtstrahlen, wir können ja Lichtstrahlen eigentlich mit gar nichts ablenken. Also auf elektrische oder magnetische Felder reagieren sie nicht. Ich habe hier so einen Zeigelaser, hier haben wir so einen Laserstrahl, das ist so rot, drücke ich mal drauf hier, so rot. Und ich kann jetzt hier mit irgendwelchen Feldern probieren, den abzulenken. Das funktioniert nicht. Es geht aber mit einem sehr starken Gravitationsfeld. Ja, das ist die Frage, also die Verzerrung der Raumzeit macht also das Gravitationsfeld. Es ist eine Verzerrung. Und wie passt das denn in unser Konzept träge und schwere Masse? Das lernen wir im Grundkurs Physik oder auch in der Schule. Es gibt zwei verschiedene Massen, aber das ist nur so ein konzeptioneller Unterschied, den sich die Physiker erstmal ausgedacht haben. Die träge Masse, die gibt es auch in Schwerelosigkeit. Wenn ich also so einen tonnenschweren LKW habe und der schwebt jetzt irgendwo da weit ab von jeder Masse im Weltall und ich will den beschleunigen, dann ist er immer noch schwer. Ich kann also nur ganz schwer dessen Geschwindigkeit ändern, den anschieben. Auch in der Schwerelosigkeit, weil die Trägheit, die ist immer noch die gleiche. Die schwere Masse, das ist die Masse, die definiert oder die festlegt, wie stark ein Objekt im Gravitationsfeld angezogen wird. Das ist also die Masse, die eine Waage zum Anzeigen bringt. Ich bin ja auf der Erde und ich werde mit einer bestimmten Kraft angezogen und zwar deswegen, weil ich schwere Masse habe. Und deswegen sind das zwei verschiedene Dinge. Schwere Masse ist die Kraft, mit der ich im Gravitationsfeld angezogen werde oder bestimmt diese Größe der Kraft und die träge Masse, die gibt es auch ohne Gravitationsfeld im absolut perfekt leeren Raum. Das ist die Weigerung einer Masse, seine Geschwindigkeit, ihre Geschwindigkeit zu ändern, außer ich wende eine Kraft an und der Widerstand gegenüber einer Geschwindigkeitsänderung, den eine Masse einer Kraft entgegensetzt. Das ist eben genau die träge Masse. Je größer die Trägheit einer Masse, umso schwieriger ist es, ihre Geschwindigkeit zu ändern. Und in der Physik ist es so, dass diese beiden Massen, das ist ein konzeptioneller Unterschied, wie wir sehen werden, ist der künstlich, die sind immer genau gleich. Und Einstein hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie bewiesen, dass dieser konzeptionelle Unterschied falsch ist. Beide Massen sind tatsächlich dasselbe oder anders gesagt, es gibt nur die träge Masse. Der Ausgangspunkt seiner Überlegung ist ein Postulat. Also er hat gesagt, ich nehme irgendwas an, also wie vorher bei der speziellen Relativitätstheorie war das Ausgangspostulat, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und die höchstmögliche Geschwindigkeit. Und jetzt für die allgemeine Relativitätstheorie gab es ein anderes Postulat. Nämlich, dass folgende zwei Fälle prinzipiell nicht unterscheidbar sind. Nämlich die beiden Fälle, dass träge und schwere Masse unterschiedlich sind. Und zwar folgendes Gedankenexperiment. Also Einsteins Ausgangspunkt, Äquivalenz von Beschleunigung und Schwerkraft. Nehmen wir einmal an, wir sind in einer Rakete, die konstant mit genau dieser Beschleunigung beschleunigt, die der Erdbeschleunigung entspricht. Das heißt, ein Ball, den ich fallen lasse, fällt genau so runter, weil er eben aufgrund seiner Massenträgheit so zurückbleibt in dieser beschleunigenden Rakete, als wären wir auf der Erde. Das ist eine ganz bestimmte Beschleunigung der Rakete. Muss eingestellt werden mit der Stärke des Antriebs. 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat muss die Geschwindigkeit konstant zunehmen. Das ist also abhängig davon, wie stark hier dieses Lüsentriebwerk eingestellt ist. Und ich kann da so einstellen, dass es einfach konstant immer mit einem G, das wäre diese Beschleunigung, beschleunigt. Und wenn jetzt die Person in dieser Rakete nicht rausgucken kann, hat keine Fenster, kein gar nichts, dann fällt dieser Ball für diese Person genau so runter, als würde der Kasten, in dem sich die Person und der Ball befinden, auf der Erde sein. Das heißt, dieses Runterfallen des Balls, die Wurfparabel, ist genau die gleiche. Und Einstein hat gesagt, es ist mit gar keinem physikalischen Experiment möglich, auch mit einem runterfallenden Ball oder sonst was. super feine Messinstrumente. Es ist prinzipiell nicht möglich für den Menschen in dieser Box. Er kann nicht rausgucken. Wenn er rausguckt, kann er es natürlich feststellen. Aber wenn er nicht rausgucken kann, er kann nicht feststellen, ob er in einer konstant sich beschleunigenden Rakete sich befindet oder ob sein Kasten, sein Wohnraum einfach auf einem gravitierenden Körper in Ruhe ist und er diese Gravitationsbeschleunigung hat. Dieses Postulat ist das gleiche, als hätte ich postuliert, dass träge und schwere Masse immer das gleiche sind. Denn hier ist es die träge Masse, der Ball beschleunigt ja nicht wirklich, sondern was hier beschleunigt ist die Rakete. Es sieht bloß für die Person so aus, als würde der Ball von einem Gravitationsfeld nach unten gezogen werden und hier ist es eben tatsächlich die schwere Masse, der Ball wird angezogen von der Gravitation. Das also träge Masse, das schwere Masse, Postulat ist, die beiden sind grundsätzlich nicht unterscheidbar. Es ist was in unserem Kopf, was diesen Unterschied künstlich erzeugt. Tatsächlich also nicht träge und schwere Masse, sondern es gibt, wenn man es so vereinfachend darstellen will, nur träge Masse und die Gravitation ist dann, also die schwere Masse, eine Scheinkraft. Und jetzt wird es schwierig. Das heißt, ich muss jetzt erst mal erklären, was eine Scheinkraft ist und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir, dass die Idee der schweren Masse eigentlich falsch ist, sondern es ist einfach alles immer nur träge Masse. Also, was ist eine Scheinkraft? Eine Scheinkraft ist, wenn ich in einem beschleunigten System bin, also das sich nicht mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegt, sondern zum Beispiel um eine Kurve fliegt, Raumkrümmung, ich bin in einem Auto, das fährt um die Kurve. Das wäre hier dieser Fall. Also das hier ist unser Auto, habe ich mal mit so einem blauen Kasten angedeutet, hier sitzt einer im Auto drin und der hat so einen Medizinball. Der Medizinball befindet sich also in dieser Höhe. Wir sind ansonsten, das ist vielleicht mit dem Auto ein schlechtes Beispiel, wir sind im schwerelosen Raum, es gibt also kein Gravitationsfeld, das ist jetzt erst mal nur Trägemasse, also kein Gravitationsfeld, sondern wir befinden uns in einem Kasten, der ist mit gleichförmiger Geschwindigkeit unterwegs im Weltall, es gibt keine Schwerkraft, ich sehe meinen Medizinball schweben, der schwebt jetzt hier. Und jetzt, dieser Kasten ist in einer Rakete, meine Rakete fängt jetzt an, eine Kurve zu fliegen, also da braucht man natürlich ein Triebwerk, damit ich eine Kraft habe, ich fliege um die Kurve, ich selber in der Rakete merke das aber nicht, kann ich rausgucken. Aber was ich sehe, ist, dass mein Medizinball scheinbar nach unten fällt. Der Medizinball, der aber vorher geschwebt hat und keinen Kontakt zur Rakete hatte, der fliegt aber einfach nur geradeaus weiter. Der wird also gar nicht beschleunigt, sondern für mich sieht es nur so aus, als würde der Medizinball beschleunigt werden. Tatsächlich werde ich beschleunigt, denn ich selber bin in einem beschleunigten System. Beschleunigt heißt, ich habe eine Abweichung von der geradlinigen Bewegung, das heißt, ich fahre um die Kurve. Wir alle kennen diese Scheinkräfte, wenn wir zum Beispiel in einem Auto uns befinden und das fährt um die Kurve und ich bin jetzt nicht gerade der Fahrer, dann weiß ich ja, ich fahre um die Kurve, sondern sitze hinten drin, bin am Lesen und auf einmal werde ich nach rechts oder nach links gedrückt. Und das fühlt sich so an, als würde so eine Kraft an mir ziehen, mich nach links oder nach rechts drücken. Tatsächlich fährt aber das Auto um die Kurve und was mich da nach links oder nach rechts drückt, das ist meine Trägheit. Mein Körper will wie jede Masse einfach geradeaus weiter, aber das Auto geht um die Kurve und deswegen erfahre ich eine Scheinkraft. Die Kraft wirkt aber tatsächlich auf das Auto und nicht auf mich. Es sieht bloß für mich so aus, als würde eine Kraft auf mich wirken, weil ich in einem beschleunigten System, in einem Auto, in einer Kurve bin. Naja, habe ich jetzt mal versucht zu erklären, was eine Scheinkraft ist. Gut, wenn wir uns in das mitbewegte System begeben, also das ist im Ruhesystem, also von außen, ich bin am Straßenrand und sehe jemanden um die Kurve fahren und da wundert es mich nicht, dass der Medizinball natürlich geradeaus versucht weiterzufliegen, bis er hier an den Rand gerät und die Personen im Auto selber, die erfahren natürlich dann diese Trägheitskräfte und das sind Scheinkräfte. Im mitbewegten System, also wenn ich jetzt im Auto sitze, da sieht es aber so aus, als würde mein Ball nach unten fallen. Ich kriege vielleicht gar nicht mit, dass ich selber natürlich auch beschleunigt werde, aber es sieht so aus, als würde der Ball nach unten fallen, aber tatsächlich, der Ball hat keine Kraft, der fliegt geradeaus weiter, diese Bewegung nach unten, die dann startet, wenn die Rakete um die Kurve fliegt, die ist nur scheinbar da, denn mein Ball fliegt ja nicht auf einer gekrümmten Graden, wenn ich von außen gucke, sondern tatsächlich geradeaus weiter. Okay, deswegen Scheinkraft, diese Trägheitskraft, die tritt nur auf, wenn ich mich in einem bewegten System befinde und dann erscheint es mir so, als würde der Ball plötzlich nach unten plumpsen. Tatsächlich bin ich aber in einem Auto oder in einer Rakete, die um die Kurve fliegt. Ja, das nennt man eine Scheinkraft und diese Scheinkräfte sind immer H genauso groß wie die Trägemasse. Das ist der Punkt. Diese Kraft, mit der der Medizinball hier im mitbewegten System nach unten plumpst, die ist genauso groß, H genauso groß wie die Trägemasse, denn im Grunde genommen ist es die Trägemasse. Das heißt, dieser Unterschied hier, in einem mitbewegten System bewegen sich plötzlich Objekte, als würden sie von Kräften angetrieben werden, der ist nur ein scheinbarer Unterschied, die tiefere Ursache ist die Trägemasse. Das heißt, dieser Unterschied Träge und schwere Masse wird aufgegeben, es gibt nur noch die Trägemasse, aber wir brauchen, um die Gravitation zu erklären, dann eine Krümmung. Wir brauchen eine Kurve und das ist genau die Raumkrümmung. Also, letztendlich wird Gravitation genauso erklärt wie die Fliehkräfte oder Scheinkräfte in einem Auto, die ich erfahre, wenn mein Auto um die Kurve fährt, nur, dass ich jetzt den ganzen Raum, um die, ich brauche eine Kurve für den ganzen Raum, das ist die Raumkrümmung. Ja, also hier nochmal in Worten, das, was ich gerade versucht habe zu erklären, ich bin jetzt in der allgemeinen Relativitätstheorie. Klassische Physik, dreidimensionale Gerade mit konstanter Geschwindigkeit. Also, ein kräftefreier Körper bewegt sich auf einer Geraden und zwar im dreidimensionalen Raum mit konstanter Geschwindigkeit. Er wird nur eine Kurve fliegen, wenn ich eine Kraft anwende. Oder kann ich dann auch schneller oder langsamer machen. Eine Gerade in diesem Bild mit der klassischen Physik und das müssen wir eben verlassen für die allgemeine Relativitätstheorie. Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten im dreidimensionalen Raum. Das ist ganz wichtig. Also, uns erscheint ja vollkommen selbstverständlich, also dieser Stock hier ist gerade, uns ist vollkommen selbstverständlich, was eine Gerade ist, aber um es dann in der allgemeinen Relativitätstheorie auf vier Dimensionen mit der Zeit zusammen auszuweiten, brauche ich wirklich eine klare Definition, was ist denn eine Gerade. Und es ist die kürzeste Verbindung zwischen diesen beiden Punkten. Alle anderen Verbindungen, die sind natürlich krumm, die sind länger. Die Gerade ist die kürzeste Verbindung. Und wir werden jetzt über Geraden im vierdimensionalen Raum diskutieren. Das brauchen wir, um diese merkwürdige Gravitationskraft als Scheinkraft erklären zu können. Allgemeine Relativitätstheorie. Vierdimensionale Gerade, da wird die Zeit mit reingenommen. Eine Gerade ist jetzt die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten in der vierdimensionalen Raumzeit. Das heißt, ich muss auf einmal die Zeit mit berücksichtigen, um eine Gerade zu definieren. Und jetzt kriegen wir eine Gerade in einer gekrümmten Raumzeit. Und was ist das denn? Und dann machen wir jetzt erstmal folgende Näherung, überhaupt mal ein Bein an die Erde zu bekommen, in diesem, unserem gesunden Menschenverstand, so vollkommen fremdartigen Denkstrukturen. Und zwar nehmen wir mal an, dass der Raum selber, also die drei Raumdimensionen in Zentimetern oder Metern, dass die nicht gekrümmt sind. Das macht es zu kompliziert. Also wir nehmen jetzt mal ein schwaches Gravitationsfeld, wie das auf der Erde, und nehmen an, dass die Raumdimensionen nicht verzerrt sind. Wir nähern jetzt an, es gibt nur eine einzige Verzerrung und das ist die Zeit. Das hatte ich schon mal erwähnt, dass wenn wir tiefer im Gravitationsfeld sind, dann vergeht die Zeit langsamer. Also meine Füße altern weniger schnell als mein Kopf. Ja, allerdings nur Nanosekunden, weil das Feld schwach ist. Und doch ist genau dieser Zeitunterschied, der macht die ganze Gravitationswirkung. Wir werden jetzt sehen, dass eine Gerade in einem solchen Feld, ein Gravitationsfeld, wo vielleicht der Raum noch nicht verzerrt ist, ist zu schwach, und die Zeit vergeht aber weiter unten im Gravitationsfeld langsamer. Da wird eine Gerade plötzlich zu einer Wurfparabel, zu einer krummen Linie, weil unten die Zeit langsamer geht. Und zwar wie folgt. In der allgemeinen Relativitätstheorie wird die vierte Dimension, die Zeitdimension, negativ gerechnet. Und zwar wird sie umgerechnet in einer Entfernung über die Lichtgeschwindigkeit, das steht hier unten, minus c mal t. So wird das eingeführt. Und das ist das, was in der Natur tatsächlich die richtige Beschreibung liefert. Das heißt, ich bekomme ein Ziehen, mit dieser Berechnung bekomme ich eine Scheinkraft in einem gekrümmten Raumzeitfeld in Richtung langsamer vergehende Zeit. Ich bekomme also eine Krümmung einer Geraden, eines kräftefreien Körpers. Es gibt keine Kraft, die an ihm wirkt. Die Gravitation wird jetzt als Scheinkraft definiert. Meine Gerade ist eine gekrümmte Linie in so einem Feld in Richtung langsam gehender Zeit. Alles wird nach Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie in Zonen langsamerer Zeit reingezogen. Und das kann man sich wie folgt vorstellen. Ich habe hier jetzt nur eine zweidimensionale Schnittmenge meines vierdimensionalen Raums. Also ich nehme nur eine Raumdimension, hier in diesem Fall die Höhe. Ich beschreibe jetzt also, wie mein Stock runterfallen würde, wenn ich ihn losließe. Also nur eine Raumdimension, Raumdimension, also nach unten, die Z-Koordinate, Bewegung in anderen Richtungen gucken wir nicht an. Und hier ist die Zeitkoordinate. Und was wir jetzt sehen ist, dass die Zeit minus C mal T gerechnet wird. Das heißt, weiter unten sind die Distanzen, C mal T, Lichtgeschwindigkeit mal Zeit, ist eine räumliche Distanz und das auch noch negativ gerechnet. Das sind kürzere Abstände. Dann habe ich hier Zonen gleicher Raumzeit. Hier, die sind plötzlich verzerrt. Dieses Gitter ist kein rechteckiges Gitter mehr, sondern ist schräg, weil unten die Zeit langsamer vergeht. Und dann sehe ich, dass hier ohne dieses Gravitationsfeld ist die kürzeste Verbindung in flacher Raumzeit, wäre dieser rote Pfeil hier. Also C mal T und die Höhe bleibt konstant. Das heißt, ohne Gravitationsfeld ändert sich die Höhe nicht, sondern mein Körper bleibt schweben. Ohne Gravitation. Dann bleibt er einfach oben. H ändert sich nicht, die Höhe. Wenn ich aber ein Gravitationsfeld habe, dann ist weiter unten, geht die Zeit langsamer und dann ist diese vierdimensionale Gerade, die ich hier zweidimensional angenähert habe, ist in dieser Richtung kürzer. Dieser rote Pfeil ist ein bisschen kürzer, weil hier diese Koordinate der Zeit, minus C mal T, ein bisschen kürzer ist. Und dadurch entsteht für uns scheinbar diese Bewegung nach unten. Tatsächlich ist die Ursache die langsamer vergehende Zeit in tieferen Zonen, tiefer im Gravitationsfeld. Aber der Körper selber, der runterfällt, bewegt sich entlang einer Geraden in diesem verzerrten Raumzeitgitter. Okay. Jetzt habe ich versucht, diese Idee, dieser vierdimensionalen Geraden in gekrümmten Raumzeitgefügen zu erklären, was jetzt wirklich ein bisschen anspruchsvoll ist. Also, ja, aber auf jeden Fall, man kann sich vielleicht merken, dass tiefer im Gravitationsfeld, also weiter unten, dass da die Zeit langsamer vergeht und dass alle Massen in Zonen langsamer vergehender Zeit reingezogen werden. Und sie bewegen sich eigentlich entlang einer Geraden. Und was wir sehen von außen, indem wir hier irgendwo rumstehen und irgendwas runterfallen sehen, das ist nur eine Scheinkraft, wie die Fliehkräfte im Auto. Und dann kommt immer raus, dass schwere und träge Masse identisch sind. Ja, das ist also der Ansatz von Albert Einstein. Und dieses Konzept einer Scheinkraft für die Gravitation ist wirklich schwer verdaulich und es passt vor allen Dingen auch überhaupt nicht zu den anderen Kraftkonzepten der anderen drei Naturkräfte. Aber darüber mache ich dann extra ein Video. Zunächst mal also, die Gravitation ist eine Scheinkraft, irgendwas, was tatsächlich scheinbar in einer Geraden fliegt, scheint in einem gekrümmten Raum Zeitgefüge auf einer Kurve unterwegs zu sein. Und die große Bestätigung all dieser Ansätze von Albert Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie sind die Gravitationswellen. Albert Einstein hat vorhergesagt, dass es Gravitationswellen geben muss. Er hat allerdings auch vorhergesagt, dass sie extrem schwer zu messen sind. Und das ist vor einigen Jahren tatsächlich gelungen. Es ist gelungen, Gravitationswellen nachzuweisen. Und das ist hier, da ist irgendwo die Homepage hier, welterphysik.de, da kann man das nachhören, weil es wird nämlich hörbar gemacht. Das ist der Kollaps zweier schwarzer Löcher. Das ist das Signal, Gravitationswellensignal von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern. Die sind relativ weit entfernt, das steht da gar nicht. Aber jedenfalls braucht man ein sehr starkes Gravitationswellensignal, damit man es überhaupt messen kann. Und das Besondere an dieser ganzen Sache ist, das ist eigentlich noch besonderer, als es überhaupt gelungen ist, sie nachzuweisen, ist, dass wir hier eine von den elektromagnetischen Wellen unabhängige Spektroskopie oder Messmethode haben, Vorgänge im Universum zu studieren. Das ist eine von elektromagnetischen Wellen unabhängige Methode, dass unsere Vorstellung von Universum richtig ist. Und das finde ich schon super. Ist also eine klare Bestätigung all dieser Vorstellungen des Standardmodells der Astrophysik. Gut, was da passiert ist, dass die beiden schwarzen Löcher, die strahlen ja Energie ab in Form von Gravitationswellen, die kommen sich immer näher und dann gibt es diesen Pirouetten-Effekt, sie rotieren immer schneller, bis sie zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Und dieses Wupp, das kann man hören. Das haben die Forscher hörbar gemacht. Tatsächlich ist es eine Deformation. Eine Gravitationswelle ist so etwas wie eine Längenveränderung eines sehr langen Objekts, weil die Längenänderung sehr klein ist. Braucht man so einen Kilometer langen Detektor, das ist eigentlich ein sehr, ja, das ist ein Laserstrahl oder so etwas. Und dessen Länge ändert sich für einen kurzen Augenblick, weil eine Verzerrung der Raumzeit durch den Detektor läuft. Ich hatte ja gesagt, Gravitation ist nach Einstein ein Zusammendrücken dieser Gummimasse, aus der unsere Raumzeit besteht. Und das gilt auch für diesen Gravitationswellen-Detektor. Der wird also durch die Welle, die da kommt, das ist so eine Wabbelwelle durch unser Gummikontinuum, das wird zusammengedrückt und wieder auseinandergezogen. Und das genau haben sie gemessen und das ist eine Welle, weil diese beiden schwarzen Löcher immer schneller umeinander rotieren. Ich kann jetzt den Audio-File hier mal starten, aber ich fürchte, man wird es nicht hören können. Ich starte es mal. Ja. Da war es gerade. Es macht Wupp. Und das war das Verschmelzen der beiden riesigen, der beiden schwarzen Löcher. Wupp. Nochmal. Jetzt hat es Wupp gemacht. Weiß ich nicht, ob man das hören konnte. Ja, und das ist das Verschmelzen. Also da ist es gelungen, Gravitationswellen nachzuweisen und das ist eben dieses Schwingen, dieses Wackelpuddings unserer Raumzeit. Und dieser Wackelpudding, diese Gallert-Masse, die wird eben durch Massen zusammengezogen in Zeit- und in Raumdimensionen. Das ist die Idee der allgemeinen Relativitätstheorie. Ja, das habe ich das versucht. Die allgemeine Relativitätstheorie, das war also die zweite große Revolution. Nicht nur, dass Zeit und Raum relativ sind, also Längenkontration, Zeitdilatation, sondern dass Gravitation eine Scheinkraft ist und die Raumzeit eine Substanz ist, die ich zusammenquetschen und wieder auseinanderziehen kann. Jetzt gibt es die dritte Revolution. Also wenn man dachte, dass das jetzt wirklich dem gesunden Menschenverstand widerspricht, die allgemeine und vorher die etwas einfachere, spezielle Relativitätstheorie, dann wird es jetzt ganz krass. Und wir sind jetzt wirklich tief in der Situation des Fisches, der zum ersten Mal realisiert, dass er in einer Substanz, im Wasser schwimmt. Zunächst mal, wir können Teilchen aus dem leeren Raum herausschlagen. Das ist wie, wenn ich mit dem Hammer auf den Ambros schlage und kommt ein Funke raus. Wo kommt denn der Funke her? Nur, dass wir hier Teilchen, richtige Masse behaftete Teilchen, wie Elektronen oder auch Protonen, die können wir aus dem Nichts herausschlagen. Und das bedeutet eigentlich schon, also es ist ein paar Erzeugungen, was ich jetzt meine, für die Spezialisten, das bedeutet ja schon, dass der Raum nicht nichts ist. Denn ich kann den Raum irgendwie belästigen, also stören mit Energie und dann kommt ein Teilchen auf einmal aus dem leeren Raum heraus. Das bedeutet eigentlich, dass Teilchen Anregungszustände des Raums sind. Es sind Zustände des Raums. Das ist ja so ein typisches Experiment. Wir haben hier ein hochenergetisches Gamma-Quant, was von links reinkommt und das ist in dieser Blasenkammer, das ist eine Blasenkammeraufnahme, sind also entlang eines geladenen Teilchenweges in einer Nebelkammer entstehen kleine Nebeltröpfchen. Und die sind normalerweise nicht blau oder rot eingefärmt, je nach Ladungszustand, sondern das haben die Forscher hinterher gemacht. Das sind also Nebeltröpfchen, die wir hier sehen und die sind eben also nicht eingefärbt. Das wurde hinterher eingefärbt. Und wir können das einfärben nach positiver und negativer Ladung. Es ging durch die Ebene des Bildschirms ein Magnetfeld und im Magnetfeld fangen elektrische Teilchen an auf Spiralbahnen zu spiralisieren. Und das Duny hier, das ist ein Elektron, das ist ein Positron. Das Gamma-Quant, was hier unsichtbar ist, ist nicht geladen, deswegen macht es keine Blasen, ist nicht sichtbar in der Blasenkammer. Das Elektron ist hier mit einem Atomkern ja nicht zusammengestoßen, sondern es braucht den Atomkern, um die Impuls- und Drehimpulsbilanz auszugleichen. Das hat hier eine Umwandlung gemacht. Und zwar ist die Energie des Gamma-Quants ausreichend, wesentlich größer als ein MeV, also harte Strahlung, dass diese Energie Anlass gibt, die wird verwendet, um ein Teilchen-Anti-Teilchen-Paar zu erzeugen, aus dem leeren Raum. Wir haben also vorher reine Energie, ein Gamma-Quant, das ist elektromagnetische Strahlung, und das wandelt sich plötzlich um, schlagartig, da braucht es allerdings, es muss in der Nähe eines Atomkerns sein, ich glaube, es war die Impulsbilanz, damit das klappt, aber dann entsteht plötzlich ein neues Elektron und ein neues Positron. Und zwar aufgrund der ganzen Erhaltungssätze muss immer ein Teilchen plus ein Antiteilchen entstehen. Das sind so Symmetrien, die da gelten. Und wir sehen hier, dass ein Positron entsteht, das spiralisiert links rum und das Elektron spiralisiert links rum und das Positron entsteht rechts rum. Und hier ist dann noch ein zusätzliches Elektron aus dem Atomkern herausgestoßen worden, das fliegt einfach weg. Aber das war vorher schon da, aber neu entstanden sind das Elektron und das Positron. Und hier ist noch ein anderes Teilchen entstanden, was ebenfalls dann erstmal unsichtbar ist und dann in ein Teilchen-Antiteilchen-Paar hier umgewandelt wird. Hier, das ist ein typisches Beispiel einer Paarerzeugung, also Teilchenerzeugung aus dem Nichts, immer Materie und Antimaterie, aus reiner Energie. Aber das bedeutet in meinen Augen, so kann man es interpretieren, dass der Raum nicht nichts ist, sondern er besitzt das Potenzial der leere Raum, beziehungsweise die Raumzeit, dass da Teilchen aus dem Nichts entstehen können. Und das wäre jetzt für unseren Fisch im Wasser der Hinweis, aha, das Wasser besteht vielleicht doch aus irgendwas. Ja, und eine Idee, was Teilchen sind, aber das werde ich dann noch näher erläutern bei dem Kapitel über Elementarteilchen, dass ein Teilchen ein Anregungszustand der Raumzeit ist. Also wir haben eigentlich die Raumzeit als eine ruhige Wasseroberfläche, da passiert erstmal nichts und dann kann ich da mit Energie, also zum Beispiel Wasser, kann ich da mit dem Finger einen kleinen Wirbel erzeugen und dann wäre so ein Teilchen, ein Wirbel, der aber nicht vergeht, weil der Wirbel, die Drehbewegung, die ist reibungsfrei, die hält im Prinzip für immer an. Und jedes Teilchen, die Elementarteilchen, die wir kennen, die sind tatsächlich kleine Wirbel, sie haben immer einen Spinn, einen Eigendrehimpuls. Es sind also kleine Wirbel, wenn man so will, Anregungszustände der Raumzeit. Und das bedeutet, dass die Raumzeit selber sowas wie die Wasseroberfläche ist, also sie ist was. Sonst könnte man da keine Teilchen aus dem Nichts heraus erzeugen. Ja, und das ist immer Teilchen und Antiteilchen, das liegt zum Beispiel an der Drehimpulserhaltung, aber auch an der Ladungserhaltung. Es muss immer die Ladungsmenge, also elektrische Ladung, vor einem Experiment und nach einem Experiment die gleiche sein. Ein großer Erhaltungssatz, ein wichtiger Erhaltungssatz in unserem Universum, aber auch die Drehimpulserhaltung. Wir sehen das hier sogar an diesen Wolken. Das ist ein schönes Beispiel für diese Paarerzeugung. Wir haben hier einen Berg, der guckt aus einer Wolkendecke heraus, piekst also durch und die Wolkendecke bewegt sich mit einer Westwindströmung, in diesem Fall von links nach rechts. Und wir sehen, dass sich Wirbel bilden und zwar immer ein Rechtsrum und ein Linksrumwirbel. Und das ist ganz analog zu dieser, also ich habe das, ich finde, dass da eine Analogie ist, ich interpretiere das. Natürlich haben Wolken nichts mit Elementarteilchen zu tun oder sehr wenig, aber das ist auch so ein physikalischer Effekt der Drehimpulserhaltung. Wir haben hier einen Linkswirbel und einen Rechtswirbel und die tauchen immer gepaart auf. Und so ist das auch, das ist also eine Störung, diese an sich geschlossenen Wolkendecke. Und so ist das auch bei der Raumzeit, nach meiner Vorstellung, dass wenn ich Energie anwende auf den Raum, dann kriege ich eine Störung und kann Teilchen erzeugen als Wirbel und zwar immer ein Linksrum und ein Rechtsrum. Teilchen, Antiteilchen, Paarerzeugung. Das bedeutet aber, dass die Raumzeit irgendwie Substanz hat, so wie diese Wolkendecke. Zumindest könnte das sein. Ja, die dritte Revolution, Raumzeit als Substanz, die Raumzeit hat Energie und die Raumzeit hat Masse. Das ist doch eine krasse Aussage. Die Raumzeit hat Energie und die Raumzeit hat Masse. Das heißt, der leere Raum plus die Zeit, der leere Raum hat Masse, der wiegt was und er hat Energie. Fangen wir mal mit der Energie an, denn über E ist gleich mc², ist es ja so, dass alles, was Energie hat, natürlich auch Masse hat. Weil Energie und Masse sind nach Einstein, allgemeine, das ist glaube ich sogar spezielle, ich glaube allgemeine Relativitätstheorie, dass Energie immer auch mit Masse verknüpft ist. Da kann man wieder fragen, ist es träge oder schwere Masse, aber ich sagte ja, schwere Masse ist nur eine Scheinkraft, eigentlich gibt es bloß träge Masse. Also es ist Masse, Energie und Masse sind dasselbe und wir können jetzt immerhin zeigen und beweisen, das ist glaube ich wirklich bewiesen in der Physik, das Raum, ein leeres Raumelement hat Energie. Und zwar sind es die sogenannten Vakuumfluktuationen. Da sind wir jetzt in der Quantenmechanik. Wir machen jetzt eine Verknüpfung zwischen der Welt des unglaublich Kleinen, das sind die Gesetze der Quantenmechanik, und der Welt des ganz Großen. Das ist das Standardmodell der Astrophysik, also die Expansion des Raums und so weiter. Und es gibt in der Welt des ganz Kleinen diese Aussage, dass etwas, was schwingungsfähig ist, nicht Null sein kann. Es kann keine Amplitude von Null haben. Es gibt immer ein quantenmechanisches Nullpunktszittern. Also wenn wir zum Beispiel ein normales Pendel nehmen, es muss allerdings ein quantenmechanisch relevantes Pendel sein, also ganz, ganz klein, sonst merkt man es nicht. Also wir haben hier so einen Pendel, ja, und ich kann das Pendel ja anhalten, dann ist es in Ruhe. Amplitude ist Null, es passiert nichts. Das widerspricht aber in der Welt des ganz Kleinen. In der makroskopischen Welt merkt man es nicht, aber in der Welt des ganz Kleinen widerspricht der Heisenbergschen Unschärferelation. Und zwar bei einem Pendel, was nicht mehr schwingt, ist in Ruhe, da ist Ort und Impuls gleichzeitig Null. Ort ist Null, also ist jedenfalls festgelegt, das ist genau irgendein Ort, das ist in Ruhe, und Impuls ist ja Null. Das heißt aber, dass beide Werte, sowohl Ort als auch Impuls, scharf sind, scharf definiert, und das geht nicht nach der Heisenbergschen Unschärferelation. Ein quantenmechanisches Pendel, zum Beispiel ein Molekül aus zwei, also meinetwegen ein Sauerstoffmolekül, O2, das sind zwei Atomkerne mit der Elektronenhülle im Molekül verbunden, die können schwingen, aber sie können gar nicht schwingen. Sie haben eine Nullpunktschwingung, eben genau, weil Ort und Impuls von diesen beiden Atomen nicht gleichzeitig Null sein können, gibt es ein Nullpunktszittern. Man könnte es so ein Quantenzittern nennen, weil es nicht wirklich Null sein kann. Und das gilt für alle quantenmechanischen Objekte, zum Beispiel für solche Moleküle, aber man findet es auch an vielen anderen Stellen in der ganzen Nanotechnologie, diese Nullpunktsenergie, ein Nullpunktzittern, und dieses Zittern, das ist ja eine Bewegung, ist natürlich auch eine Energie. Es gibt also im quantenmechanischen harmonischen Oszillatormodell, harmonischer Oszillator ist eben ein schwingungsfähiges System, gibt es den Zustand Energie gleich Null nicht, sondern die Energie ist mindestens für die Spezialisten eine halbe Haar quer Omega. Haar quer ist dieses Planck'sche Wirkungsquantum, Naturkonstante, Omega ist die Frequenz, dieses Oszillators, dieses Pendels, und die Energie kann nicht wirklich Null sein. So, das gilt jetzt für alle nanoskopischen Objekte, da fällt das besonders auf. Aber es gilt eben auch für die Raumzeit selber, denn die Raumzeit selber ist zum Beispiel mit der elektromagnetischen Strahlung ein schwingungsfähiges System. Eine elektromagnetische Welle, also Licht, ist eine Schwingung der Raumzeit, übrigens auch diese Gravitationswellen, aber da ist die Energie zu gering, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber jedenfalls bei den elektromagnetischen Wellen. Und die elektromagnetischen Wellen, die haben ja verschiedene Farben, zum Beispiel Farben des Regenbogens beim Licht, das sind ganz viele verschiedene Moden, nennt man das, mit einer bestimmten Frequenz. Das sind Frequenzen, also die ganzen Spektrallinien, die wir so kennen. Und jede dieser Frequenzen, für sich alleine genommen, ist schwingungsfähig, eine Eigenschaft der Raumzeit, und sie kann nach der Quantenmechanik nicht Null sein, sondern immer ein bestimmtes minimales Nullpunktschwingen gibt es da, ein Quantenzittern der Raumzeit. Und das nennt man die Vakuumfluktuation. Und das gilt nicht nur für die elektromagnetischen Wellen, sondern für alle Zustände, alle Eigenschaften der Raumzeit, auch für die Teilchen. Das bedeutet, wie hier in diesem Bild eines Künstlers illustriert, dass aus der Raumzeit, die man vorher als eine glatte Wasseroberfläche angenähert hat, dass auf der mikroskopischen Skala oder nanoskopischen Skala der Raumzeit, also wir sind jetzt im interstellaren Raum, weit weg von Gravitationsfeldern, im absolut leeren Raum. Aber wenn wir da auf der Skala von wenigen Nanometern schauen würden, was da passiert, und auch auf Zeitskalen von Femtosekunden, also ganz kurzen Zeitskalen, dann würden wir sehen, dass da ganz viel los ist. Das ist das quantenmechanische Rauschen oder Zittern der ganzen Felder, der ganzen Schwingungsmöglichkeiten. Das ist das Potenzial, die Raumzeit hat das Potenzial, dass es Teilchen gibt, die kann ich aus dem Nichts herausschlagen, und da entstehen ständig Teilchen, Antiteilchenpaare, Elektronen, Positronen, verschwinden wieder, sie entstehen wieder, und das ist dieses Nullpunktszittern, man kann es auch Vakuumfluktuation nennen, der Raumzeit. Und das bedeutet, die Energie ist nicht null, sondern passiert ja die ganze Zeit was. Sie ist gering, aber sie ist da. Das heißt, unsere Raumzeit hat Energie, aus Grund der quantenmechanischen Grundgesetze, mit diesem Nullpunktzittern. Das kann man auch nachweisen. Und wenn die Raumzeit Energie hat, dann hat sie auch Masse. Das heißt, die Raumzeit selber hat eine geringe, aber vorhandene Masse. Das ist schon sehr verblüffend. Das heißt, im Laufe der Zeit, der letzten Jahrzehnte, sind wir immer mehr dazu gekommen, dass wir den leeren Raum, oder die leere Raumzeit, um korrekt zu sein, wirklich als eine Substanz auffassen müssen. Zum Schluss gibt es dann, um näher an das Wasser, also der Fisch mit dem Wasser, weil in der ersten Folge habe ich das erläutert, was ich damit meine, kommen wir immer mehr dazu, dass unsere Raumzeit jetzt auch noch Druck und am Ende noch Temperatur hat. Und zwar Druck. Das ist auch diese Nullpunktschwingung. Da gibt es den sogenannten Casimir-Effekt. Jetzt gehen wir aber zu weit in die Quantenmechanik rein. Aber man kann zwei Metallplatten, da müssen Metallplatten sein, damit das gut funktioniert, auf einen geringen Abstand gegenüberstellen und dann ist es, zumindest für das elektromagnetische Feld so, dass die möglichen Schwingungsmoden, der Raum hat ja diese Nullpunktschwingungen, die möglichen Schwingungsmoden zwischen zwei Metallplatten, die dicht aneinander stehen, die sind eingeschränkt. Es gibt nur ganz bestimmte Moden in diesem eingeschränkten Raum, die möglich sind. Und dann ist dieses Nullpunktszittern, das ist auch stark verringert. Währenddessen draußen, außerhalb der Platten, da ist dieses Nullpunktszittern immer noch genauso stark wie überall sonst im Universum. Und dieses Nullpunktszittern, das sind, ja, das sind, ja, sagen wir mal, Quanten, die kurzfristig entstehen, Lichtquanten, und dann wieder verschwinden. Und dann Teil dieser Quanten, dieser, ja, virtuellen, ja, dieser Nullpunktschwingungen, die schwingen hier außen und innen sind aber weniger. Und das gibt einen Netto-Druck. Es gibt einen Quantendruck auf diese Platten und den kann man messen. Das heißt, der Raum selber hat aufgrund dieser Nullpunktsfluktuation, der Vakuumfluktuation, einen Druck. Der ist natürlich überall gleich groß, so wie für den Fisch im Wasser, der merkt den Druck ja auch nicht, weil er überall, ist ja überall gleich der Druck, ja. Aber wenn man eben mit zwei Metallplatten die Möglichkeiten der Vakuumfluktuation zwischen den beiden Metallplatten stark einschränkt, dann merkt man, dass außen ein Überdruck da ist und die beiden Platten die werden zusammengedrückt. Das ist übrigens auch wieder ein Bild hier unten sind immer die Links ein Bild aus Wikipedia, um den Casimir-Effekt zu zeigen. Und das wäre ein Nachweis für die Existenz dieser Vakuumfluktuation. Es gibt auch andere Interpretationsmöglichkeiten, aber mir scheint, dass die plausibelste Interpretationsmöglichkeiten dieses Effekts, die beiden Platten ziehen sich tatsächlich gegenseitig an, das kann man natürlich messen, aber warum ziehen sie sich an? Aber eine Interpretationsmöglichkeit ist eben diese Asymmetrie hier zwischen Innen- und Außenraum in den Vakuumfluktuationen. Und es bedeutet, dass der Raum sogar einen Druck hat. Und man kann, das ist allerdings ein bisschen, ja sagen wir mal, eine gewagte Interpretation, im Raum sogar eine Temperatur zuordnen, wegen meinem Fisch im Wasser, der hat natürlich auch, natürlich eine Temperatur, hat das Wasser und der Raum hat auch eine Temperatur und das wäre die kosmische Hintergrundstrahlung. Hier haben wir so eine Antenne, mit der die zum ersten Mal nachgewiesen worden ist, eine Hornantenne, es ist Mikrowellenstrahlung, die von allen Seiten auf uns einströmt und sie definiert eine Temperatur, denn es ist Schwarzkörperstrahlung für einen Körper, der sehr kalt ist, nämlich nur 2,7, 2,5 Grad Kelvin, also nur knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und man könnte schon sagen, dass das ganze Universum so lange nach dem Urknall, wir sind eben 13,6 Milliarden Jahre nach dem Urknall, das ganze Universum auf diese Temperatur abgekühlt hat. Das heißt, das ganze Universum badet in dieser Mikrowellenstrahlung und das gesamte Raumzeitgefüge ist erfüllt von dieser Mikrowellenstrahlung, die sich im Laufe der Jahrmillionen und Jahrmilliarden auch immer weiter abkühlt. Und das ist direkt verknüpft mit der Expansion des Universums, denn dieses Abkühlen ist ein Verlängern der Wellenlänge dieser Mikrowellenstrahlung und je länger die Wellenlänge ist, umso niedriger ist die Temperatur. Insgesamt kann man also sagen, dass die Raumzeit wirklich Substanz hat, also wirklich so eine Sache, das ist alles, was wir in der Physik überlegen, ist irgendwie menschengemacht. Wir können es zumindest gut reininterpretieren. Die Raumzeit hat Energie über die Vakuumfluktuation, sie hat Masse, weil Energie auch Masse ist. Die Raumzeit hat Druck, das ist der Casimir-Effekt als experimentelle Überprüfung und es gibt sogar eine Temperatur, wenn man so will, die Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung, in die alles eingebettet ist. Es gibt jetzt noch eine vierte Revolution, die ich aber hier nicht näher erläutern will, also wenn man, das ist ja schon ganz schön abgehoben, was ich jetzt hier erläutert habe, bisher diese ersten drei Revolutionen. Es gibt jetzt Leute, die machen sich wirklich Gedanken, ob es höhere Raumdimensionen gibt oder was jetzt eigentlich wirklich die Struktur des Raums und der Zeit ist. Also es wäre so, als würde der Fisch jetzt plötzlich darüber nachdenken, ob das Wasser aus Molekülen besteht. Dazu müsste er, das ist das H2O-Molekül, das wissen wir natürlich, aber der Fisch, für den ist das eine Revolution, dass das Wasser eine chemische Substanz ist und das besteht aus winzigen Molekülen, die sind nur ein paar Angstströmen groß, also unglaublich klein gegenüber dem Fisch und der wird denken, da habe ich ja keine Chance, das überhaupt zu überprüfen, wenn jetzt irgendein theoretischer, ein Fischtheoretiker mit der Theorie rüberkommt, dass Wasser aus H2O-Molekülen besteht. Ungefähr so ist es mit der Stringtheorie und auch der neueren Quantenschleifengravitation, dass man sich über die, ja, Mikro reicht gar nicht, die Submikrometer-Struktur der Raumzeit Gedanken macht. In der Stringtheorie, die ist inzwischen, glaube ich, überholt, da hat man angenommen, dass die Raumzeit tatsächlich aus viel mehr Dimensionen als den drei Raumdimensionen und der Zeitdimensionen besteht und dass diese höheren oder zusätzlichen Dimensionen eingerollt sind in geradezu wahnwitzig winzige Rollen, die niemals experimentell zugänglich sein werden, also auf jeden Fall nicht in den nächsten paar tausend Jahren. Deswegen ist es eben eine Theorie, die ist absolut experimentfrei und das ist dann keine Naturwissenschaft, weil Naturwissenschaft ist Übereinstimmung von Experiment und Theorie. Und wenn wir eine Theorie haben, die über Größenordnungen berichtet, also in diesem Fall Größen von eingerollten Dimensionen, die weit außerhalb des jemals zugänglichen oder vorstellbar zugänglichen sind, 10 hoch minus 30, 10 hoch minus 40 Meter oder noch kleiner, dann ist es eben, ja, es ist keine Naturwissenschaft mehr, es ist eben eine reine Theorie, die weit außerhalb des Experiments ist, weil Naturwissenschaft muss experimentell überprüfbar sein, aber es ist eine faszinierende Theorie. Und neu haben wir die Quantenschleifengravitation, da will man also die Quantentheorie mit der Gravitation verknüpfen, was man tun muss, das muss irgendwann geschehen und da geht es um eine Quantisierung der Zeit und des Raumes, eine granulare Struktur der Zeit und des Raumes und das ist schon faszinierend und das ist eine ganz moderne Theorie, die in der Entwicklung ist und da bin ich gespannt, ob es mal Vorhersagen gibt dieser Theorie, die man tatsächlich experimentell überprüfen kann. Auf jeden Fall ist die Geschichte mit den Revolutionen unserer Vorstellung, was diese Raumzeit, in der wir leben, eigentlich ist, noch lange nicht zu Ende. Und wir sind jetzt wieder am Ende angekommen, der Debatte über die Raumzeit, also dem Medium, wenn man so will, in dem wir leben, wie der Fisch und die Frage am Anfang des ersten Teils, wir sind jetzt in der zweiten Vorlesung, war, kann ein Fisch eine Idee vom Wasser haben und ja, natürlich, ein schlauer Fisch kann anhand kleiner Indizien und konsequenten Denkens schon eine Idee vom Wasser haben und vielleicht sogar herausfinden, dass Wasser aus Molekülen besteht, H2O-Molekülen und das werden wir vielleicht auch noch herausfinden bei unserer Raumzeit, was die wirkliche Substanz, na ja, wirklich ist so eine Sache, aber was die feinere Substanz der Raumzeit ist und das wäre eben diese Quantenschleifengravitation oder Schleifenquantengravitation, Quantenschleifengravitation, das ist aber Zukunftsmusik. Ja, das war der zweite Teil, im nächsten Teil, im dritten Teil meiner Miniserie über das Weltbild der Physik will ich darüber reden, was die Zeit ist. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.